Elif, probiere mit diesem Magnet! Du bist super krisp jetzt! Ach komm! Das kann doch nicht gesund sein! Du mein Bestes! Oh ja! Ja komm, das ging mal hin! Das war's! Ja! Ja komm, das ging mal hin! Da haben wir's! Na bitte! Hm, na toll! Nicht für Tarek! Das Licht fürs Plagant können wir doch bestimmt wieder ausschalten, oder? Oh oh! Tarek Fans! Ja! Willst du diese Tarek-Supporten ein bisschen? Die Kabel geht unter ihrem Auto! Ich kann es aktiv sein! Und ihre Auto, auch! Aaaaaaah! Ha 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 ha! Hör auf dich, Jim! Ich habe gerade Elektrikiert und in der Auto! Das ist eine von deinen Schrauben, nicht wahr? Nein! Mach es für dich! Warum würde ich versuchen, Elektrikiert mich selbst? Nein! Nein! Ich fühle nichts! Ich habe die Auto! Ich war nicht lieb! Ich habe wirklich erschrocken! Aaaaaaah! 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 Sie? Ich habe gesagt! Ich habe nicht glauben! Ich weiß! Sie? Hey! Schau da da! Was? Es ist Zeit, zu gehen, Hame-Gerl! Oh oh! Ich würde offenbar hin. Später. Was ist mit NX los? Ich ziehe weg! Wir sollten mal telefonieren! Wir sollten mal telefonieren! Das ist immer noch die Hotline von denen! Aber wir sollten mal 5555 anrufen! Ich möchte mich selber melden! Ich möchte mich selber melden! Das ist die Sonja Hotline! Ich habe noch eine andere Nummer mit! Du hast noch eine andere Nummer! Ich möchte noch mal anrufen können! Wie ging die denn noch einmal? 9.612 9.612 9.612 This is the Sonya hotline. Please note, any false information will result in criminal prosecution. Tja. Why should we take a taxi if we have a car? I mean, we haven't done that yet. Why not? We will take the taxi. Happy taxi, how can we help you today? We will send a taxi to your location right away. Thank you for calling. Happy taxi. We haven't seen it yet. We haven't seen it yet. We haven't seen it yet. This is our start point. We haven't seen it yet. Before we get much further, I should let you know that I have some anger management issues. Now you know. So, where are we headed today with happy taxi? We haven't seen it yet. Is it true? Is it true? It's not true. I don't know that I know it's true. I'm sure he's in a car. Das ist ein Pager. Ich glaube, Sie wissen nicht viel über cutting-edge tech. Wir sehen uns, wer mich jetzt kontaktiert hat. Das ist alles, was Sie sehen? Wie haben Sie diesen Nummer bekommen? Hm. Try it, please. ähm ich fühle mich viel besser jetzt geh und frag mich eine Frage, wenn du willst ich weiß, dass ich alle Dinge weiß wissen sie, dass ein Teenager eine Grenze gestorben ist da haben sie schon Plänen für den Wahltag ich habe es gemacht, und wie macht das dich fühlen? oh, ist er noch unser Präsident? ich sah dich an meine Mags bist du ein Fan von Dinosaur? ich werde mich nicht angreifen, wenn du nicht was? dann hast du nicht gesehen, dass dieses Filme über Dinosaur über Dinosaur gigantische Park es ist okay ich werde mich nicht angreifen 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 das ist ein Ich bin sicher, das werden sie, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung bringen. Du solltest einen Schmuck, du bist ein Kind und dein Gehirn ist noch weiter. Na, wun... Wir haben auch alles. Und hier... Ist gut, ich kann auch aussteigen. VHS Gesicht ansehen. Luna 1. Night of the Killer Pineappers. Uh oh. Was ist passiert? Ist das verboten? Welche Kassette hast du gesehen? Eine ist sehr private für mich. Oh, ich verstehe. Das wird erklären. Es ist ziemlich schwer. Ich bin sicher. Oh. 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 Was haben wir hier? Schauen wir mal messen zu Nein, die starren sind nicht an Oh, Blancho Ich habe kein Geld Okay Okay Wir haben nichts Oh Wir müssen uns essen und trinken Obwohl wir waren ja satz Ich weiß nicht was du meinst Aber du musst bleiben Und versuchen hier zu machen Votate Flores Oh nein Oh nein Oh nein Steine und mit Oh 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 Mitch, holt die Pige. Ich denke, ich sollte nicht die Tür, Stan. Du wißt du, in case jemand kommt. Du wirst mich tönt, Mitch? Dann mach es! Geh die Pige und holt alle Geld. Zeit für die Stan & Mitch Fund. Dankeschön. Wir sind dann gerade mit dem Sparschlein reingegangen und haben Spenden kassiert. Ähm... Hör auf, Junge! Wir haben nicht jeden Tag! Junge, ich habe eine Idee. Aber du musst mir vertrauen. Was hast du Angst? Diese S&M-Freaks werden nicht schreien. Und die Zeit ist recht. Ich werde mich auf den Kopf schreien. Und du, auf den Mann mit dem Schreien. Geh die Pige. Geh die Pige. Welch, jemand muss das machen. Oh, gut. Geh die Pige. Geh die Pige. Geh die Pige. Geh die Pige. Ich will das Pige. So, die Pige. Ich bin sorry, aber ich kann nicht. Wir haben nicht alle Tag. Aber warum hat das Geld nicht passiert. Ich habe Planplum. Wir machen das und wir gewinnen. Wir machen das und Sie gewinnen. Kannst du sehen? Und du musst mein Geld für den Planen? Ich hab planplum. Ich war nicht erstens. Wir haben nicht das. Wir haben ein Gottes. Es wird okay, Richard. Ich bin so scared. Ich denke, mein Herz wird explodiert. Explode! Du wirst das nicht wissen. Bitte, sein Herz kann das nicht nehmen. Danke. Ich bin so Angst. Ich bin so Angst. Ich muss nur... ... ein Minute. Ich bin so Angst. Was machst du? Wir haben nicht alle Zeit. Ich bin so Angst. Ich bin so Angst. Gehen Sie, Kind. Ich will das Pigsquell. Oh nein. Ich bin so Angst. Gehen Sie Geld und das Pigs! Ich bin so Angst. Geh das Geld, Kind. Oder besser. Danke, Kind. Ich hoffe, wir müssen etwas davon behalten. Ich will aber was davon behalten. Du hast es regnet, Kind. Jetzt kommst du mit uns. Ja. Wäre nicht eine gute Robberie ohne einen Hostage. Stand in Mitch-Rules. Wunderspiegungen und das Pigsquell. Was ist die Idee? Das Pigsquell. Oder das Pigsquell ist auch nicht? Nein. Ich würde nicht richtig tun. Ich würde das Pigsquell abschlafen. Du bist dann schon wie alt. Es war nur zu schlecht, die haben die Pigs. Du bist so schlecht. Es war nur zu schlecht. Ich werde meinen Tränen in den Pigs. Du bist aber woanders zu machen. Verdammt. wenn wir jetzt kriegen können ok da können wir nicht hinter dann können wir uns erholen haben wir nicht nötig aber ich laufe lieber am tag die straße unter 1 august 96 wenn wir noch mal die wahlen im september oder nicht das wusste man nicht ok wir haben wir schon wenn wir noch nicht wenn wir noch nicht wenn wir noch nicht Ah, Pursuit of Happiness. Ja, das ist ja! Das hier ist ein Rock-Tastier-Kreis! Ja, ja, ja. Du bist nicht der spreche, bist du, jung Bud? Oh, da, jung Bud. Niemand hat Big John's Radio, aber Big John. Aha. Ich würde dir deine Hand raus, wenn ich dich wäre. Du siehst du was ich? Feel free to start a conversation, okay? Das ist der Klingel Kör. Was ist der Klingel Kör? Vielleicht gibt es mehr wichtige Dinge als die Politik. Wir lassen die Gedanken schweifen. Kommen wir jetzt mit ihm an die Grenze? Das wäre ja auch mal interessant. Das ist der Klingel Kör. Papa Bear, hast du die Hände? Over. Oh, das ist Mama Bear, jung Bud. Wir haben eine CB-Tippe Sache. Ich habe sie nie eigentlich gesehen, aber ich glaube, ich bin in Liebe. Ich will sie raus, aber ich bin aus dem Spiel zu lange. Kannst du dir helfen? Was? Ich finde sie, ich bin froh. Ich bin froh, Mann. All right, ich bin in. Hi, Beautiful. Wie ist mein CB-Crush heute? Beautiful? Haha, wenn du so sagen würdest. Mhm. Ich bin gut. Aber mein Böse ist mir über diesen illegalen Tramanz. Ja, sie ist, Junge-Blood. Ich habe noch nie gedacht, dass ich einen Mann liebte. Ich bin ehrlich gesagt, ich denke, ein Geist ist es. Speaking of transportieren, was du heute holst, Papa? etwas ganz interessantes. Pineapple. Hahaha. Junge-Blood, es geht gut. Ich werde sie raus fragen. Any advice? I don't know. Ähm. Ich nehme deine tiefe Stimme. Oh, je. Du, du willst nicht mehr sprechen, Papa? Oh, ja. Du bist wirklich nicht helfen, Junge. Schau, wir haben ein schönes CB-B. Aber ich muss dich treffen, Mama. Oh, ich weiß nicht, Papa Bear. Ich habe noch nie gezeigt, das letzte Mal. Erinnerst du? Ich war nervös. Ich versuche, dass das noch nie passieren wird. Ja. Ich verabschiede mich, Junge-Blood. Ich weiß nicht, Papa Bear. Das wirklich schlugte. Ich versuche dich, Mama Bear. Gib mir noch eine Chance. Okay. Aber das ist dein letzte Chance. Okay? Ich versuche dich, die Zeit und Platz. Oh man. Oh man. Oh man. Sie sind in der dritte. Sie wissen, wie eine Kugel-Gun? Sie denken, dass sie meine Pienappels bekommen. Ha! Sie können eine Kugel-Gun. Sie müssen sie mit Kugel-Gun. Was ist das? Das? Das ist nichts. Schrauben Sie die Kugel! Oh, was? Geh sie runter, Junge-Gun! Sie werden nicht bleiben, aber Sie werden leben. Sie werden auch so leben. Papa Bear? Sie denken, um Zeit und Platz? Junge-Gun! Sie denken, Mama Bear mag Seafood? Äh... Haha, ganz im Ernst. Papa Bear? I'm here, darling! You like Gumbo? Damn! They're back! Show them no mercy! Give them investors! Wow! Action! What road are you on, Papa Bear? We got a call. There's a shootout on Route 220. Oh, really? Get them off, Buck Easter, young man! Don't get ready for a while! We got more time! There's not more time! There's not that time! We got too late for a while! Don't get ready for a while! Ich bin fertig! Oh, ja! Weg zu gehen, junger Mann! Du bist ein Schmerz-Sniper! Hopp da, ich gehe. Ich freue mich auf unsere Date. Ich auch, Mama! Ich werde sie nur nicht verraten. Danke fürs Mitnehmen. Jetzt müssen wir noch irgendwie über die Grenze kommen. Das tun wir, glaube ich, am besten über die Berge. Die haben wir noch nicht genommen. Das sollten wir mal versuchen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020